Ja hallo zu einem neuen Mock von mir er ist ziemlich klein diesmal handelt es sich um einen Kampf zwischen Jedi und Sith wie man hier vielleicht schon sehen kann und den stelle ich euch jetzt einfach mal vor. So fangen wir hier unten an wie ihr vielleicht sehen könnt schon laufen gerade zwei Druiden durchs Wasser auch hier schön Wasserfall recht detailliert ja dann hier ein Radarweb klar das kommt nicht in der Klonwurst vor das weiß ich selber dass der nicht so stirbt aber ich habe jetzt einfach mal überlegt weil Mocks heißt ja sowas, keine Ahnung, dass man ja selber auch mal was erfinden soll und das habe ich mir halt gedacht, dass dann eben jemand stirbt, der in der Klonwurst anders stirbt oder gar nicht stirbt. Das ist eben hier in der Web. Genau. Hier seht ihr dann den Unterleib. Hier den Oberleib im Wasser. Hier ein zerstörter Kommandodroide. Ich hoffe es ist nicht mein Kommandodroide. Ne, das ist mein Kommandodroide. Dann hier oben seht ihr einen Droiden. Ein normalen Droiden. Ein normalen Droiden der gerade von Meister Yoda mit Macht an die Felden gestoßen wurde. Ja. Da nehmen sie die Assy Ventures. Ja. Ja. Dann seht ihr hier einen Droiden der gerade ins Wasser stürzt. Hier meine Kommandodroiden Captain. Ja genau. Ich komme mal mit meinem selbstgemachten oder halt Custom Vidro Schwert oder auch. Ja. Vidro Schwert eigentlich. Ja. Machen wir hier weiter. Zwei Bombsquats. Einer hat ein Hologramm in der Hand. Was weiß ich jetzt auch nicht so. Irgendwie Hilfe rufen oder sowas. Der andere läuft halt gerade und will halt auch gerade in den Kommen und halt helfen. Dann hier. Moment. Ich mach das Ganze. Hier. Ein Hound Company Trooper. Ein Hound Company Trooper. Und eine ganz normale Droide. Hier seht ihr Meister Yoda, wie er einen Droiden zerschneidet. Sieht cool aus, ja. Ja, das war's eigentlich. Ah, hier noch ein Kamp. Super Kamp. Äh. Kommandodroide. Ja, das war's im Großen und Ganzen von diesem kleinen Mock. Ist wirklich ziemlich klein geworden. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es in die Kommentare, wie es ihr fandet. Liked, abonniert, kommentiert.